Stopp! Die Pilze dürfen Sie auf keinen Fall berühren. Es sind Hormonbomben. Liebesstaub. Nur wir beide. Das wird ein perfekter Schwesternurlaub. Tada! Finn! Habe ich was verpasst? Warum hast du mit Karl Schluss gemacht? Wir lieben uns. Und was soll ich denn hier? Wir machen einfach zu dritt Urlaub. Ja, genau. In den Sexpausen gehen wir dann Eis essen. Wir müssen das verschieben, bis die wieder weg sind. Ich habe die junge Frau über die Gefahren des Hormonpilzes unterrichtet. Die hat er nie ausprobiert. Hast du wieder Hitzewallung? Kai? Ist dir zu alt? Zu hässlich? Liebesstaub. Du hättest jemanden verdient, der dich wirklich liebt. Wenn du etwas davon abbekommst, verliebst du dich in die Person, die gerade vor dir steht. Das ist ein Esel. Ich liebe dich. Was soll das? Können Sie mir sagen, wo ich den Doktor Merzenried finde? Du liebst mich! Und Finn liebt mich auch! Und wen liebst du? Du bekommst dein Baby ohne mich! Das ist alles nicht echt! Wir sind die Zwillinge! Ich will einfach nur nicht aufgehen! Die ist doch bescheuert! Liebe ist wunderbar! Ich liebe dich! Helena? Helena? Finn? Finn? Warte mal! Helena? Finn? Helena? Finn?